Diese spezielle künstlerische Konzeption ist dieser sehr besondere Grenzgang zwischen Film und Theater, den Katy hier neu auslotet und für den sie ja eigentlich seit zehn Jahren auch in Europa sehr bekannt geworden ist. Das heißt, Katy Mitchell arbeitet eigentlich immer mit zwei Ebenen. Also auf der Bühne sehen wir das Making-of eines Films, eines kompletten Films, der oben auf einer Leinwand gezeigt wird. Und dieser Film wird also live von Schauspielern, von Technikern des Theaters hergestellt auf der Bühne. Das Ergebnis spricht für sich. Also ich glaube, das ist ganz meisterlich aufgegangen. Ich gratuliere Katy Mitchell ganz herzlich für die Verleihung dieses wunderbaren Preises. Katy, wir haben in der Vergangenheit viele schöne Arbeiten gemeinsam gerockt. Wir werden auch in Zukunft viele schöne gemeinsame Arbeiten zusammen rocken. Aber ich glaube, du und ich, wir wissen, dass diese Adaption von Hertha Müller etwas ganz Besonderes war für uns, fürs Team und wie deutlich zu spüren ist, ja auch für unser Publikum. Dafür danke ich dir. Mein Name ist Rita Thiele, ich bin stellvertretende Intendantin des Deutschen Schauspielhauses Hamburg und ich war Dramaturgin der Produktion Reisende auf einem Bein.